Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine richtig coole Horror Map und zwar habe ich wie im letzten Horror Map Video so mir die besten Maps rausgesucht, die wirklich so am gruseligsten sind oder am besten gemacht und davon ist hier Evoken, so heißt diese Map eine davon, also die hat mir so von den unzähligen vielen Horror Maps so auch am besten gefallen mit natürlich noch ein paar anderen Maps und die werde ich jetzt einfach mal so in diesem Video zocken, falls ihr mehr Bock von Horror Maps habt Leute, lasst unbedingt ein Like da, schreibt mir gerne weitere Horror Maps auch unten in die Kommentare, und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch mal jetzt gerne kostenlos machen, würde mich freuen und Leute, ich kann euch so viel sagen, das ist echt eine gruselige Horror Map, also ich bin gespannt, ob ich die schaffe, irgendwas ist erwacht worden, wie der Name schon sagt, soweit ist alles ready, ich bin ready und jetzt würde ich sagen, go, welcome to Evoken Enjoy, also ich hoffe mal, dass ich die Horror Map enjoyen werde, aber ich glaube mal schon, ich bin jetzt hier in einem Raum gespawnt, die Musik ist aus, mit ganz vielen Kisten, also der Raum hier sieht schon mal crazy aus, was ist hier überall in der Crafting Bench, so Redstone Kisten, die will ich eigentlich nicht öffnen, aber, na, das sind nur Redstone Kisten, da ist eine Tür und da vorne ist eine Tür und in die geht es nicht rein und dann geht es vielleicht in die rein, ne, da geht es auch nicht rein, da ist ein Lagerfeuer, muss ich vielleicht jetzt doch ernsthaft in die Kiste schauen, ich habe gedacht, da, oh, ich habe was gefunden, Secret Room Key, can be placed on clay, ich habe gedacht, irgendeine Tür geht auf und clay, wo ist clay, also hier, doch, da, aber ich kann es an beide Türen platzieren, an welches soll ich das jetzt machen, erstmal an die, da geht es in den Keller runter, weiter, ich hoffe mal, ich habe die richtige Tür ausgewählt oder ich habe den Schlüssel falsch verwendet, ne, da ist was drin, Outside House Key, das kann ich da wieder drauf platzieren, das war es von hier unten, jetzt werde ich mal gegenüber das an die Tür machen, oh, nur eine Kiste, das sieht gar nicht gut aus, Oh, okay, doch, ich dachte, da kommt gleich was, was mich erschreckt, aber es geht in den Keller und da ist nochmal eine Kiste We can see your shadow, wir können deinen Schatten sehen, was meint er damit, hinter mir ist nichts, habe ich jetzt, bin ich schon ernsthaft auf Anhieb in die richtigen Räume gekommen oder war das egal, Also jetzt bin ich überfragt, ich weiß einfach gar nicht mehr, was ich machen soll, you don't feel good, turn around, oh And I can make you feel better, jetzt fühle ich mich nicht besser, was war das gerade und warum, wo bin ich jetzt rausgekommen bei dem Bett, Aber im gleichen Raum ist die Tür da auch noch offen, ne, da ist gar keine Tür mehr, der Raum verändert sich also Und da vorne, da war auch eine Tür, da ist noch eine Tür, die kann ich gleich mal aufmachen, aber was war das für ein komisches Monster Okay, da gehe ich mal rein, hier ist erstmal niemand, ist da ein Problem, ne, es gibt kein Problem, ich bin sicher Also, ist da jetzt ein Problem oder bin ich sicher, ich glaube, es gibt ein Problem Oh, 5. November 2017, ich bin wieder beim Bett und jetzt bin ich woanders rausgekommen, bei der Tür, wo es vorher in den Keller ging Also gehe ich jetzt mal gegenüber, hier rein, da geht es sogar rein, I'm not done yet, er ist noch nicht fertig Okay, also, die Tür mal ganz wieder, schnell wieder zu Da gab es nichts und da drin, oh je, da will ich irgendwie nicht rein Es sind immer anders, es geht immer woanders hin und ich mache auch immer jedes Mal woanders auf Ich will eigentlich nicht da drauf drücken, aber ich muss es leider machen Es passt, doch, es passiert was Du fühlst dich krank, da ist wieder der gleiche Raum Da gehe ich am besten nicht nochmal rein, was ich eigentlich nicht nochmal machen wollte Aber Jetzt mache ich wieder woanders auf, was soll das Ganze? Irgendwas ist aber auch das Monster, was man gesehen hat am Anfang Ich bin wieder hier Aber diesmal ist hier gar keine Tür mehr Da ist, keine Ahnung was, gar nichts Und da ist wieder ein Knopf Oh, es geht einfach mal in eine andere Welt rein Hier ist diesmal ein bisschen was gebaut, aber es ist immer noch ganz, ganz dunkel Da ist eine weitere Tür Die führt mich einfach so in den dunklen Raum Welcome please, stand behind me Bitte Ich muss hinter ihn stehen Was will er von mir? Darf ich nicht vor dich? Okay, ich mache einfach mal, was er sagt Er antwortet mir noch nicht, aber ich will keinen Stress mit ihm Ich stelle mich hinter ihn Er macht gar nichts Soll ich noch weiter zurück? Okay Also warum sollte ich denken Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr hinter ihm Er hat sich umgedreht Also ich will nur alleine gelassen werden, aber Er kann es nicht Kann er mich jetzt Er fragt mich, ob ich ihn sehen kann Wo ist er hin? Also jetzt wird er irgendwas ausprobieren Ich sehe jetzt einfach mal gar nichts mehr Wo werde ich jetzt wieder spawnen? In einem anderen Haus? Oder vielleicht Gar nicht mehr Yes, ja Will ich sterben? Please say yes Ich sage auf keinen Fall yes dazu Aber was ist da an der Wand? In Steve Skin? Was hat er mit ihm gemacht? Der hält sogar noch eine Blume in der Hand Okay, der arme Steve Es geht da vorne weiter Das sind überall Türen Die gehen aber nicht alle auf Nee, da geht kein einzig auf Ich muss hier Hauptsache rauskommen Da vorne geht es weiter Also ich glaube mal, die Person da Der ich gesprochen habe Die ist erwacht Und sobald man hier Was war jetzt das wieder rum? Ich glaube, sobald man hier gefangen ist Kommt man nicht mehr aus dem Ja, Haus raus Das sich immer verändert Jetzt gibt es hier nicht nur da vorne eine Tür Nicht nur hier Und da, sondern Da geht es sogar nach oben Wie viele Türen gibt es hier? Ich probiere einfach mal jede einzelne Also ich muss da hochgehen Hier ging es normalerweise immer Nochmal in einen anderen Gang Aber Da ist eine Kiste Ich bin tot Am liebsten will ich jetzt hier oben bleiben Aber ich glaube, ich muss nochmal zurück Weil sich irgendwas verändert hat Und da vorne habe ich auch, glaube ich Einen Barrierblock gehabt Da hat sich jetzt nämlich Ich glaube, das ist die Tür da vorne Hier irgendwo Ja Da war nämlich vorher ein Barrierblock Da muss ich außen rumlaufen Und deswegen Der hat sich Der ist verschwunden Und ich glaube, das ist die einzige Tür Wo ich lang kann Genau diese hier Warum auch immer Aber ich werde jetzt mal den Dirtweg hier entlang gehen Und hoffen, dass das Monster nicht so schnell zu mir kommt Oh ne, nicht Lass es bitte kein Labyrinth sein Das ist echt das Letzte, was ich will Ich glaube, das ist echt größer, als ich dachte Oder habe ich einen Weg gefunden Oh, jetzt bin ich im ganz langen Gang Oh ja, da geht es weiter Da ist schon die Tür offen Oder sage ich nicht, dass ich hier Hier komme ich weiter Oh, jetzt wird es ganz dunkel Okay Es geht nach vorne Bewege ich mich überhaupt noch? Ich habe keinen Plan, wo ich hinla... Hinlauf Okay, wo bin ich jetzt? Look in all chests Ich muss in alle Kisten schauen Keine Ahnung, was passiert, wenn ich es nicht mache Aber Ich schaue jetzt einfach mal da rein Oh nein, in alle Kisten In alle Das ist ein Raum jetzt Der ist glaube ich genauso aufgebaut Wie alle anderen Nur, dass da jetzt auch Stein ist Da sind überall die Köpfe von ihm Von dem Monster Der hängt hier also schon dran Da sind ganz viele Köpfe Soll ich die überhaupt hier noch absuchen? Ich gehe mal ein bisschen weiter Hier vielleicht Ja Okay, ich muss eine Tür finden Da waren ganz viele Köpfe Wer hätte es gedacht, dass da gerade da vorne Das drin ist, was ich brauche Ein Hinweis Eine Tür finden Ja gut Ich habe aber bisher keine gefunden Komm, hier an der Seite muss es was geben Auch nicht Ganz vorne Jetzt da komme ich wieder zurück Moment Da vielleicht nochmal entlang Hier habe ich eine gefunden Okay, dann schaue ich mal da rein Aber was ist jetzt das für ein Gang? Da passiert einfach gar nichts Nochmal durch eine andere Tür Ja, das ist jetzt echt ein entspannter Weg Da ist jetzt nicht eins auf noch eine Kiste Es ist wieder alles hell Turnaround Oh nein, ich will nicht mich umdrehen Please don't kill me Thanks for playing Das sind nochmal zwei Alex hier In dem Raum Ja, ist es zu Ende In dem kleinen Raum hier Die Horror-Map war auf jeden Fall nice Also so hat die Story hier geendet Also das alleine sich so der Raum immer verändert hat Das ist eine simple Idee so Aber es war echt nice gemacht Leute Falls ihr mehr Bock auf solche Horror-Maps habt Die noch gruseliger sind Also da habe ich auf jeden Fall auch noch So ein, zwei, drei Stück am Start Dann lasst gerne mal ein Like da Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt Könnt ihr das wie gesagt jetzt auch mal gerne machen Ansonsten noch alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken Wie Instagram, Snapchat Da könnt ihr mir auch gerne folgen Und wir sehen uns morgen wieder Beim neuen Video Haut rein Und ciao